Hallo und herzlich willkommen zu meiner 23. Let's Play PS2 Folge. Falls ihr jetzt immer wieder Gitarre im Hintergrund hören solltet, dann nicht wundern, dass es jedenfalls gerade um Gitarre spielt. Ja, dann würde ich sagen, auch so für alle, die jetzt denken, ich bin irgendwie so ein Dauer-Zuhause-Hocker. Ich bin schon 20 oder so und ich habe tatsächlich schon von manchen Leuten gesagt bekommen, es ist ja etwa 20. Nein, ich bin jünger als man deutlich jünger. Und da ist es ja wahrscheinlich jetzt zu Hause wohnen. Wenn mich jetzt wieder fragt, wie alt ich bin, kann ich nur sagen, nö, sage ich nichts. Scheiße. Ich habe nicht so viel gequasselt, ich habe mich aufgepasst. Jetzt sind die halt übereinander gefahren. Die haben mir ja ganz gute Barriere errichtet, aber sie werden das nicht ewig durchhalten können. Ähm, ja, ich muss gerade sagen, es backt gerade komischerweise ein bisschen bei mir. Ich habe keinen Plan, wieso. Es ist auch echt der erste Korn so. Schreifen wir, äh, scheinlich mal wir wegen einem Update oder so. Ach so, ich wollte gerade noch was gucken, nämlich, Korn war ein Update. Da haben wir uns ja gesagt, hier in den Back gehoben. Den haben wir schon mal nicht gehoben. Die kommen immer sich ja nicht holen. Konntet ihr was Neues? War ja, ein langweiliges Update. Blumni-Frage. Ne, gucken wir ja nicht. Okay, ähm, wenn du mich jetzt gesehen hättest, habe ich ein Problem. Ich mag es nicht, wenn die unsicherer Leute mich sehen. Ja, du stellst dich rein. Ja, ich hab was für die Woche erledigt. Ja, so, ich wollte mich nicht genau da, 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 da. Scheiße, so, jetzt hab ich's jetzt. Ähm, genau da muss ich mich irgendwie ein Scheiße. Ja, gut, das konnte ich nicht gut gehen. Genau da muss ich mich irgendwie nachladen. Hm, ein bisschen ärgerlich. Ich dachte nicht, dass sie noch mehr sind. Ich dachte, das wär's mit dem einen. Ähm, okay. Ich hab keine Ahnung, dass er in dem Sanderer steht. Er hält die Nämlichkeiten mit einem Einzelnen seine Täter her. Puh, aber das ist dann auch irgendwie total egal. So, XP-Vergleich, Xanderer in die Luft jagen. 700. Eine Person anledigen. Scheiße. Deutlich weniger. Ich glaube, jetzt sollte er irgendwie hier reinsetzen, hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da kommt er gleich. Scheiße, Leute. Ich glaube, wir brauchen hier. Scheiße. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Scheiße. Tschüss. Gut. Ich glaube, er hat es aufgegeben. Der Bogen ist ja... Ich komme mir aber auch halt relativ egal, dann ist es weit weg. Um das wirklich effektives machen zu können. Ja, gut, ich fände ihn gerade so einen komischen Bogen. Was mir zwar IT-Vitalik aus ist, weil er mir Ansatz auf ziemlich viel Sicherheit gibt. Okay, von dem einen Hans von hinten. Aber ich gehe davon aus, dass er nicht so intelligent wie man mich sieht. Das sind die meisten Leute nicht. Scheiße, der Bortschütze von dem aus ist intelligent. Verdammt, ähm... Ja, aus der Ansicht habe ich mich nicht gesehen. Das ist nur eine Bortschütze von dem. Also... Recht gehabt habe ich ja. Hm. Ich sehe gerade insgesamt Hängigkeit weit mit meinem Durchschnitt. Hm. Was ich irgendwie ein bisschen traurig finde. Hm. Andere, ist jetzt nur so. Ja. Ja, ja, ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, jetzt setzt du mal ein blödes Handler haben. Jetzt bist du schon mal so weit kommen. Wenn du jetzt hier dahin fährst, dann hättest du da hin, du kannst da. Ey, blöde, die kriegt auch immer, oder? Das ist ja mein Schaltes Problem. Ey, ich kann mich halt so aufregen. Die sind mit dem Sandra. Will der hin? Ach, der will sich da einsetzen. Ja, dann setze ich wieder weiter auf einen. Komm, dann entscheide ich mal, wo du dich hinstellen willst. Dann steht er da. Kann ich noch einsetzen, oder so, vielleicht? Nö. Doch, geht doch. Ähm. Oh, ich gebe mal einfach aus, ich würde gleich vom Gegner wehmeln. Ich war noch ein zweiter. Diese bescheuerte Vollidiot. Gut. Arg. Ich wette, okay, meistens würde ich sagen, unabsichtig. Ich sag absichtig, ich hatte eher keine Arturschreie. Päh. Das ist kein Speckschwein. Sagt man nicht, ich weiß, aber da ich so wenige Abonnenten habe, da kann ich nicht schaden. Doch, kann es auch, aber ich gehe davon aus, dass keiner von euch melden wird. Verdammt. Verdammt. Da fällt mir ein, ich könnte mal wie eine Spanns-Equition vorgemachen. Mache ich vielleicht so, die könnte ich dann so einen Samstag so rausbringen, da ich heute schon eine hochgeladen habe. Ich mache heute für morgen, heute ist Donnerstag. Ne, könnte ich sogar Freitag schon eine neue machen. Heute ist Freitag. Möte, meine ich. Also für Donnerstag mache ich die Karte und das geht ja nicht. Jetzt habe ich den Tag verprasselt irgendwie gerade. Jetzt bin ich raus. Scheiße. Ey, ganz ehrlich, was habe ich diesen kleinen, verdammten, lauter Pranzang getan, dass die immer mich erledigen müssen, ey? Ich bin nicht der Einzige, die Gegend rennt. Habe ich doch 10.000 andere Leute. Nö, kein Bock. Jetzt bin ich frustriert. Voll eine schwere Einheit. Obwohl ich das los erkenne. Ich spreche extra jetzt super. Jetzt können die mich nicht zurückändern. Tollllllllll. Ja, Das ist super, so super. Scheiße. Sorry. Scheiße, das wird hier schnell nachladen. Nein. Was habe ich denn eigentlich getan? Die beiden bescheuerten Fahrzeugen. Ja, ich würde sagen, dann verlegte ich das Ganze mal bis nach hier. Ich hole mich überhaupt keinen Panzer, nur mal eine Idee. Ich lege mir einen Panzer, dann richten sich gleich wieder 10.000 Kanonen auf mich. Und da habe ich ganz ehrlich keinen Bock drauf. Verwendet? Ja, scheiße. Wenn ich gleich vor nachgucken soll, bevor ich schieße. Wo ich mal doch ein Panzer? Ich würde Schade schätzen, oder? Nee, nee, doch gar nicht. Bis 16 fast. Ich habe hier gerade die ganze Zeit aufgeregt. Wenn man sich aufregt, vergeht die Zeit ab wie ein Kluge. Was? Nein. Kein Sanderer. Scheiße. Ja, das passiert, wenn man sich redet. Dann regt man sich auf. Geh mal zu Seite für das Anderer. Wenn er L-L-Lighting oder so, wie auch immer der heißt. Okay. 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 So, und dann wechseln wir mal auf F3. Ich habe das Ganze auch ein bisschen getunt. Toll. Super. Ich bin hier voll im Platterdach. Ist das nicht hier super? Ja gut, egal. Ich höre jetzt kein Bock hier weiter. Warte zurück. Bleib stehen wir jetzt. Wo war der jetzt schon wieder? Wo war der? Ich meine, ich sah ein XP ab. Auch wenn ich gerade echt schlecht bin, ich sah ein XP ab. Das ist mal etwas. So, ich vermute mal diese kleine Dreckung bitte irgendwo oben sein. Weil die Zero ist ja eigentlich echt keine Ferkelwaffe ist. Und so schnell wie Demi erledigt hat, hat auch keiner mit mal nebengeschossen. Da unten war er. Habt man gesehen. Ich bin schließlich über Leute rumliegen. Wer ist das? Hey, wer hat mein Sandra Schrott? Wer hat mein Sandra Schrott gemacht? Ja, scheiße, ey. Vielleicht sagt man nicht, aber... Also, es gibt zwei Sachen, die mich aufregen. Drei Sachen. Fahrzeug und Flugzeug. Eine Sache. Spione. Und schwere Einheiten mit Subschutzschild. Mann. So, warte ich jetzt so vorstellt bin, dass ich nicht mal gerade denken kann, hol ich mich noch ein Fahrzeug. Nehmlich ein... Vielleicht müssen wir doch kein Fahrzeug mehr. Weil Sample jetzt leicht einer rein gehen. Nehm als Spion. Ja, jetzt zeig ich euch einmal den neuesten Errungenschaften. Dass ich übrigens auch super stolz bin. Muss ich glaube ich nicht erwähnen, oder? Das sollte ich mir eigentlich schon anhören. den... den... Unsichtbarkeit-Flash. Super nützlich für solche Situationen, wenn man schnell an 10.09 vorbei muss. So, blöd ist bloß, ich habe nur 20 Sekunden Zeit. Ich glaube, ich tage mal wieder. Scheiße, ich glaube ich wurde gesehen. Scheiße, ich bin wieder sichtbar. Ich bin erledigt. Geilo. So. Und wir machen schnell. Ich bin ziemlich wieder gekommen, finde ich irgendwie. Kann mich enttäuschen, glaube ich. Ich war gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt werde ich über den Typ gerechnet kommen. Wo ist er denn? Scheiße, er hat mich gesehen. Ach, er hat mich überwehrt. Das war seine Mine. War klar. Ja, Black Screen. Aber man hat gesehen, theoretisch gesehen, wer ist jetzt nicht seine Mine gewesen, der wäre eine riesige Situation gewesen. Und wer hier dritte gewesen wäre, der von hinten ankam, hätte er mich wahrscheinlich nicht gesehen und ich hätte ihn erledigen können. Da sieht man, was diese verdammte, geile, unsichtbar mit Hals-Tranung links und sehr gut ist. Ähm, ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit dem. Ja gut, jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung gemacht. Und ich sehe schon, und es halte es so viel wieder um. Und da habe ich sowieso noch ein bisschen im Kreis laufen könnte, würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Was übrigens super lame war, finde ich ehrlich gesagt. Und okay, es geht sogar. So eine Sache pro zwei Minuten. Ist auch super. Ähm, ja, ich entschuldige mich nochmal für dieses doch nicht wirklich interessante Video. Und sage, tschau es nicht mal. Hoffentlich da mit meinem gewischten Steier von HD 1,2. Und, ja. Doppel zu viel Minuten wie Kills. Also Unklimanstandard. Und 8.000 da. Hm, oder 16.000 oder sowas. Okay. Ähm, dann, ja. Ciao im nächsten Video.